Auch Junge, denn ich komme nicht raus, kann ich nicht helfen. Wurde ausgeschaltet, gut gemacht. Oh Gott. Es ist eine S-Mine, ich dachte, das wären die vier. Ich töte den Typen, der eine S-Mine vor mir geschmissen hat und renne dann noch eine S-Mine rein und sterbe. Ich werde kaputt geknüppelt! Kenne ich? Fühle ich? Digga, was ist das denn? Das Problem ist, du kannst ja... Ja. Ich bin aber doch im großen Haus. Das ist ein meistgesuchter Null. Ja, hu 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 hui! Diese Runde ging ab als Feind, aber wir kommen wieder, um es zu Ende zu bringen. Das ist einfach nicht passiert! Ich geh in die MP7. Ernsthaft, meistens sind sie schon? Benni, zwei Leute! Ich bin unterwegs! Der eine ist die Break! Der war auch nicht schneller, wenn der Spiel erlaubt. Die sind beide tot. Ja, ich gebe ihm nicht gerne weg. Direkt bei mir. Ah, okay, tot. Schnell für einen mit Sämpf hast du getrückt, okay. Schnell für einen mit Sämpf hast du getrückt, okay. Feindliche Drohne über uns. Danny, hinter uns ist das Loot. Hau! Der spielt ohne Hälter und ohne Rennflug rechtzeitig von mir weg, Digga. Ich schwöre, ich werfe ihm die ganze Zeit die Granaten hinterher. Er dreht sich nicht rum. Ich schieße ihm hinterher. Er dreht sich nicht rum. Bis ich ihn dann irgendwann mal getroffen habe. Weil er aufgehört hat zu rennen. Der liegt ein Herzschlag-Sensor, ne? Ich hab einen. Was war das? Feindliche Drohne über uns. Vor uns. Feindliche Drohne über uns. Oh, oh. Ah, ja. Hi. Den anderen Typen lügt das als überhaupt nicht, gell? Der hat einfach sein No-Dout geholt. Ich hab richtig hart reingesuckt vom Aim, ne? Ich schwöre es dir, er bekommst 3.000 Hütze. Es lügt dir als überhaupt nicht, gell? Digga, was... Was war das? Deswegen die Sache, I don't know, was was falsch mit mir und das... Night. It was Alkohol in das Spiel. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich war schon öfter rappevoll und es war auch schon viel öfter hübschere Mädcherin... Hübsche Mädcherin, aber da war ja gar nicht hübschere Mädcherin. Hübsche Mädcherin, Digga. Amina Zwiebark. Amina Zwiebark, alter. Ich weiss, das war auch schon viel öfter hübschere... Hier, gäng nicht ohne Eisen. Ach, die Schneize. Ach, Schneize. Schneize. War mir leeren Sprachen. Wortschändungsstörungen in its best, Digga. Chomp, chomp, chomp. Chimichangas. Geh, äh, 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 äh. Äh, haus. Ich geh in die Richtung. Geh, knapp. Oben, obendrauf, ähm. Ja, K.O. Mike Gamer. Hedgehog, Thomas. Du, wo hast ihn? Ja, ich hab den Hedgehog gegeben. Was soll wahr sein? Ich hab auch so ne Vermutung, warum der Abschluss besteht. Du? Nein. Boah, 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 boah. Hüffel ist komplett in der Zone. Der war schnell dahinterm Baum, als ich geschossen hab. Das war ein T-Mate. Das war nicht die, die ich eben hatte, gell? Der sieht ein bisschen wie lang. Da rechts, rechts von dem Gebäude. Hinter uns. Hinter dir jetzt. Wer für eine Granate? K.O. Einer. Der müsste auch sterben. Noch einer K.O. LOL. Der andere ist nicht tot. Nein, jetzt ist er tot. Jetzt. Nice. War der jetzt ein Tod, den du geholt hast? Oben, 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 berg. Ziel gesichtet. Ja, hab's gesehen. Der kriegt, der kriegt noch Schnauze, der Typ. Gefällt mir gar nicht, wo ich lang bin. Musst du mich schallen. Danny, links von mir. Danke. Auch nur noch zwei Platten. Komm her. Ah, okay, oder geh halt zu dem. Über uns sind die halt noch, ne? Ja. Drei Feinde. Drei Team. Ne, fünf. Doch, drei Feinde, drei Teams. Einer Solo. Das Gas kommt. Jo, Pitchen. Ja. Vor uns. Ziel gesichtet. Der hat mich gesehen, der eine. Ja, einer K.O. Die sind beide K.O. Gewonnen. Hat wohl. Der hat mich gesehen. Wie viel dazu. Du musst jetzt zehn haben. Ja, ich hab' das. Du bist jetzt zehn haben.